JETZT Was man, JETZT 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 Was, 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 was? Hallo, hallo, hallo Hallo, 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 hallo Weiter geht's, weiter geht's Let's play, ähm, hallo, hallo, hallo Peter, Zwegard Hallo, hallo, hallo Hallo, hallo, hallo Oder Zwegard, Peter Zwegard, Peter Der Zwegard, Peter, Rom, Junge Der Zwegard, Peter, schon wieder, alter Und was, und was sind alle machen? Ja genau, die Page am aktualisieren Ich nicht Ähm Gibt es hier Es online Und welchen Server meinst du denn? Ja Und es ist online, jetzt früher ordnen Schnell drauf Alter, mein Herz ist ganz viel geschrieben, ne Aber jetzt ist es online Peter Hey, wake up Ich mach den Link Peter Swagd halt Link, 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 Link Hey Ich muss pissen Ja, geh schnell Du hast mal 2 Minuten Komm, Noxy, mach doch die Link Waaaah, tschööööööööö Grrrr, Renn du Dallee Gib mal Link Hey, wake up Welchen Link? Ja, von Pornhub, du hast von der Seite da Das kannst du ihm auch kurz sagen Pornhub? Was denn Pornhub? Was ist das denn? Das kann ich mir ja gar nicht vorstellen, was soll das denn sein? Ist das neu? Werdet ihr euch jetzt erst auf LN30.de anmelden, erst auf 22.000 Z, ich glaub, ich mach erst.de, weil ich glaub, da ist die Wahrscheinlichkeit, dass mein Name geklaut wird, sehr viel höher. Und auf CZ wär's mir wurscht, wenn ich dann Penis Maulfrosch heiße. Penis Maulfrosch? Penis Maulfrosch ist ein guter Name. Ich glaub, auf 7.22 nenn ich mich gar nicht Darky. Auf 7.22 nenn ich irgendwie... So, ich nehm jetzt auch auf, warte mal. Ja, dann nehm ich jetzt auch auf. Ich bin gemutet. Ich nicht. Oder ich müde mich auch so lange, glaub ich. Ich mut mich. Ich mut mich auch so lange. So, der Chat kommt jetzt hier rechts hin. Ach, wieder da. Schon allein. Keiner noch mehr da? Was geht los? Was weißt du? Echt? Ja, ist aber schon ein paar Sekunden. Also sind die jetzt alle aufzunehmen? Mhm. Ja. In 30 Sekunden. F Oh, mein Gott. F3! 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 Ю! Sunline! Escht? Ja. Ich glück einfach auf den Kreis. Ich auch. Wohohohoho Oh wenn die... OH! Something went wrong Da ist vị vorne! Warte auf den Link 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 Bin... Ich bin schon drin Boah, 32. war ich 32. Alter, ich glaube, mir wurde mein Name geklaut Ne, ich bin Fichter Ich bin Fichter Ich glaube es nicht, hat mir echt jemand meinen Namen geklaut? Danke, Noxie Alter, mir hat jemand meinen Namen geklaut Mir hat jemand meinen verfickten Namen geklaut Ihr blöden Pitter An der Plane 32 Ehrlich? Warum klaut ihr meinen Namen? Zeigt sich Terranigma 94 So, ich habe auf keinen meinen Namen bekommen Auf keinen von den beiden Server Hilfe 1 Ach, ich bin Anna, das habe noch gar nicht gemacht Ich heiße jetzt einfach jeweils Dark in World Aber das ist ganz gut, da werde ich nicht so viel angegriffen Da kann ich erstmal ein bisschen anonym bleiben am Anfang Sogar sehr gut eigentlich So, ähm Pilzdealer Hey Paul, 100 Euro Na, was seid ihr? Ich bin ein 32. oder so Ich habe mich erst auf Tschechien Aber mein Name ist schon weg gewesen Weil ich mich erst aus dem Eindruck angemeldet habe Echt? Ich habe mich auch schon angegriffen und habe gewonnen Ich fand mich gerade, wie ich mich noch nennen will Zuschauer-LP gibt es auch schon Ich überlege gerade Alter, ich... Mein Name wird auch zum neuen Alter Ich wollte Online-Überweisungen machen Alter Mein Pegasen ist doch richtig scheiße, ganz ehrlich Nenn dich's weg, Schauer-LP Aber die Schrift ist doch auch so scheiße hier auf dem Server Hallo In Deutschland geht's doch, das kann ich ja in Deutschland aufladen Ich kann dir in Deutschland aufladen Ehm Ehm 2590 auch scheiße Yay Ja, können wir schon machen Ich muss erstmal gucken, ob die E-Mail angekommen ist Weil wenn die nicht ankommt, kannst du es mal direkt an Ich bin... Du musst mir dein Passwort hergeben Da hat jemand Zuschauer-LP, jemand hat Zuschauer-LP Ja, nenn dich BSE-Heck, Lars Genau, Lars, nenn dich Marco Also BSE-Heck Ja, Mann, mein E-Mail ist da Mein E-Mail ist da Ich hab mich erst noch zu über 31, weil... Ah, ne gar nicht Reichen dir 25 Euro auch, weil 50 ist ziemlich viel, ne? Jo, weiter kurz Hm Hm Okay Ich überlege gerade Alter, wie viel Gold ich schon hab WTF, warum greifen wir mich alle ein, was ist das für die Du und Daki, kannst du schnell machen? Ähm Ja Eigentlich schon Jo, danke Lars, du bist 6 am Server Was ist das Passwort? Aha Penismann14 Penismann14 ist also ein Terrarium-Passwort Wo bin ich 6 vor? Jetzt bist du 10. Es ist 42 Z, meinst du, ne? Check in Wie? Welchen Server? 31 Machst du ein 30? 31 werde ich gepusht wie ein Geisteskranker Ich hab nicht mal geskillt Du bist 5. 400 Pilze sind das, ne? Jo Aber das ist nicht so, wie wir in Deutschland Ist halt, kostet auch weniger dann, oder? Ja Du kannst unten aber auch auf Face-Safe-Card umschalten Ja, aber ich hab keine Face-Safe-Card Das zweite, ach so, okay Aber ähm, 18 Euro sind das Du kannst unten die zweite Flagge wählen, das weißt du, ne? Da kannst du auch über 25 Euro aufladen So, warte mal Tue ich mal kurz wieder schließen Und die zweite Flagge Ah ja, dann mach ich so Auf 231 heißt ich ganz normal wie immer Hat schon geklappt? Aber wenn ihr 100 Euro aufladen wollt, dann solltet ihr die erste Flagge nehmen Da spart man sich, äh, 14 Euro Ich hab 100 Euro aufgeladen und hab 84 gezahlt und du zahlst, kriegst 3000 Pilze Schon fertig? Wie die erste Flagge Äh, I've got authentication in your payment Vielen Dank für die Bestellung, play against blablabla Kann ich mich einlog? Ja, warte, probier's aus Warte, ich blätter einmal Äh, warte kurz, ich muss einmal blättern Zum Test Ähm, ne ist nichts drauf Hä? Ist da unten wahrscheinlich Bei mir ist auch Bei mir schon drauf? Ich hab mich jetzt Ja, bei mir ist es auch Ja, bei mir ist es auch Ich hab mich jetzt Lucky Last genannt Aber die Schrift ist doch ganz anders hier Okay, Pilze sind drauf, yay Wer meinte die Schrift wär hier auch so? Ähnlich Ich find die Schrift cool Boah, ist da toll So, wir haben wieder kurz gemütet, ne? Ich bin kurz gemütet Die ganze Stadt ist oder was? Ja Wo ist das bei mir nicht so? Das hat mein Gilde ein Ja, vergiss dich, du hast doch an, denn wir haben ja auch umgeflischt Warte, ja, das war's gleich Hast du schon die E-Mail bekommen? Naja, ein bisschen Ich hab keine Ahnung Habt ihr die E-Mail bekommen? Doch nisch Ich hab keinen Bock aufzuladen Die E-Mail ist nicht da Bei mir ist es bestimmt da Weil das Bei mir geht schnell Immer Ja, meine ist eigentlich auch instant Aber irgendwie ist sie jetzt nicht da Äh, ich hab auch noch keine E-Mail bekommen Guck ich grad nur bei mir? Nenn dich Lars Ja, Lars gibt's bestimmt auch schon Mal gucken Mal gucken, ja Wie gesagt Guck's aber Ja, ich hab gehört Du lädst mich auch vorübergehend ein, damit ich ja auch klicken kann Ähm, warte, als nächstes Wen? Taschen-Taschenlampe Taschenlampe Ich hab' jetzt Krieger gemacht, das seit ihr so? Piriiiiger Krieger Bakon Und diese Kundis, ne? Echt Pilze? Du heißt Pilze auf diesem Server? Das hätte ich auch nicht erwartet, dass Pilze heißt. Wo sind die Pilze? Ist du schon Level 2 der Tepa? Ja, der hat ein Level abgemacht und dann hat er ihn draufgeklaut. Peter Zweigard. Übrigens, die meinen Namen geklaut haben, ich glaube kaum, dass ihr in die Gilde dürft. So mal als Information. Das ist ein Tipp. Doch, die dürfen in die Gilde. Die dürfen extra in die Gilde, weil sie ihren Namen geklaut haben. Genau deswegen. Oh, ich hab die, weil ich die nicht... Die Beschreibung, Lars. So mal nach, äh, Zuschauer. Ja, hab ich schon gesehen. Danke für den Namen, äh, danke Zuschauer für den Namen. Alter, nee. Mir ist voll schnell angemeldet, das ist ja egal. Ich bin PlayID 2016, aber ist ja wurscht. Ja, ich bin 16. Deiner ist auch Zuschauer-LP. Die gibt's auch schon. Meine Chefs-E-Mail könnte jetzt mal so lange noch ankommen. Ich will noch keine Ahnung, klicken, wo man da reitet. Gerade angegriffen. So lächerlich ein Name klauen, ne? Der kann maximal 10 Jahre alt sein. Oh, vorgeschlagen, um den Zuschauern zu greifen. Ja, doch. Gebraut! Ich hab mir Zuschauer gewonnen. Also, lass den Glas gewonnen. Okay, mich selber gewonnen. Also, lass den Glas gewonnen. Wie soll ich noch alles einladen? Kannst du mich einladen? Was, da hat jemand meinen Namen geklaut? Der will nur Pilze spenden und dann den Namen sich wieder löschen. Sehr gut. Okay. Ja, ich läuft doch bei ihm. Ja, ist okay. Ist mir egal, wer mir Namen klaut. Was? Ähm. Gorgos. Mir war es einfach wichtiger, auf Server 31 meinen Namen zu haben, wenn ich ehrlich bin. Du wolltest nur gucken, ob du instant gebannt wirst. Das ist wichtiger, weil jetzt im Modus-Scheiß auf Server 31, da muss ich auch vertreten sein. Das ist doch eh so glücklicher. Ja, sogar Play-Adi-12 hab ich bekommen. Das war gar nicht mehr so schlecht. Hallo? 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 Hier sind wir wieder. Butterkuchen LP. YOLO! Swag! Ah ja, S31. Wer hat da die Gilde bei euch? Dream schreibt, er hat schon Pilze aufgeladen. Skype. Sein Dream heißt er nur. Hör mir doch, ja. Warum hast du ja nicht Dreams, gell? Warum bekomm ich die Verfickten mit? Nee, ich fack mich voll ab. Na geil, lade ich halt auf. Wollen wir eben den Orden voll machen, Leute, damit ich dann vernünftig Alu klingen kann zum Anfang? Habt ihr Bock drauf, eben schnell voll zu machen, den Orden? Hallo? Hallo? Ja, die 2000, wann? 2960. Wo ist dieser komische Link da? Sag immer den Link. Hallo, ich nehme gerade aus, ne? Also, am besten, er sagt keine Penis-Witze oder so. Penis! Penis! Hallo? Ich bin der Lars. Oh, ich hab ne Quest geschafft, ohne ein Leben zu verlieren. Das wird ja neidisch, wa? Ich bin der Lars. Komm, komm, maas. Hallo, der Lars, komm, maas. Biver. Ja, ich bin übrigens gerade im Livestream. Viele Leute, die gerade das Video von Darki sehen. Deswegen, ne? Muss ich so ein bisschen auch mit dem Chat agieren. Deswegen, hallo, Anni. Also nicht wundern. Könnt ihr mal den Link in, ähm, Lassen in den Chat posten? Nein. Terra. Let's fail ja nie gespielt, keine 300 Dado. Oh! Wir sind die erste Gilde. LOL. Also, 2060 ist meiner. 2060. Meine ist 31 oder so. Meine ist 60. Terra, wie viel Filz hast du gebraucht, um die Gilde zu gründen? M375. Wow. Dann sind meine 25 Euro eigentlich schon weg fast. Ja. Ja, und heute Abend sind sie komplett weg. Ich glaube eher in ne halben Stunde sind sie komplett weg. LOL. Wenn er Level 10 ist, dann ist sie weg. Hier heißt jemand Peter Zwegert in der Beschreibung die Finanzen. Ah ja. Die Finanzen. Ja, der muss halt in einer Regel sein. Ich hab vor, jemand hätte ja den Gilden-Namen geklaut, Alter. Der hätte echt abgehen müssen. Ja, aber das ist Terra, Alter. Ja klar, irgendjemand lädt sich einfach meine 25er-Pay-Self-Kart auf, nur da du den Gilden-Namen klauen kannst. Ey, diese Smileys sehen so geil aus. Vor allem mit dem Ohr und mit der Null. So richtig krumm und schief. Smiley Cyrus. Smiley Cyrus, ja. Nee, Smiley Cyrus. Ja, eigentlich könntest du mich jetzt in die Gilde einladen, damit ich meine Alu schon mal machen kann, solange er noch einen Platz frei hat. Ach, ich dachte, du willst nicht bei uns in die Gilde. Sehr, nur damit ich meinen 2% Bonus schon mal habe. Ja, ich will nicht, wie viele Leute auf unserer Wartig-Self-Kart. Diese 2% Bonus bin ich hier. Da ist leider nichts frei. Ja, nein. Du hast nicht zugesagt, du darfst dort nicht rein. Es tut mir leid. Tschö, Darkie. Ich stehe zu meiner Meinung. Dein Wort. Dann, dann halt nicht. Gehe zu allem. Dann weine ich jetzt. Okay, viel Spaß dabei. Oh nein, jetzt zerbärst ich dich. Töte Lars. Töte mich. Ich war die ganze Zeit angegriffen. Fackt voll ab. Wenn ihr Bock habt, könnt ihr meine Ordens pushen? Ja. Ordens. Musst du die Abonnenten wieder aufmachen? Ich muss meinen eigenen Orden pushen. Ja, Lucky Lars. Wer hat dich denn da gerade angegriffen? Hä? Ich würde sagen, wir machen das so, weil ihr alle gerade aktiv seid, beziehungsweise am Start seid. Ab wie viel gewonnene Kämpfen? Die erste PSD? 1000. 1000? 5 Millionen. 500 Milliarden. Wenn ihr es heute schafft, 5000 zu machen, dann kriegt ihr alle 5 Passive Karten. Also ich würde mal so sagen. Du lehnst dich aber weit aus dem Fenster. Dann lächst du das Echo die ganze Zeit. Egal. Echo. Wenn du den Ton im Stream ausmachst. Ja, wo höre ich denn selber? Ich habe nichts an, du Wurst. Hey. Haua. Okay. Nicht mehr da. Ich kann mal nur Leute mit Stufe 2 vorgeschlagen. Was ist los? Irgendein alter Erzählung, jemanden mit Stufe 1 suchen. Super, ich habe den Validierungs-Spell von Polen, ne? Mach mal so ab 1000 gewonnenen Kämpfen geht es dann los. Die erste PSC. Wie denn verlost? Bei 1000 gewonnen. Ist es viel? Weiß ich nicht. Mal gucken, wie es voran geht. Wenn es zu viel geht, machen wir es, machen wir weniger. Aber 1000 ist es drin. Ja, 1000 war auch mal. Das sind 3 Angriffe pro Typ im Stream. Ja, ist locker drin. Schon jemand am Leveln von euch hat. Also Lucky Lars angreifen. Am besten ohne Waffe, mich winnen lassen. Und bei 1000 gewonnenen Kämpfen wird die erste 10 Euro PSC im Chat verlost. Die erste. Ich habe noch 4 hier rumliegen. Nein, na. Eigentlich hast du ja auch 5 rumliegen noch. Den Lucky Lars angreifen. Hihi. Ich bekomme eine Walidierungsspiele nicht. Dauer nicht. Ich glaube, ich muss jetzt ein Problem machen und sie zuflamen. Dankeschön. Lucky Lars. Lucky Lars. Herr, ich spiele jetzt auf meine Ahnung. Herr, weißt du, wie lange Noxy dafür braucht für die Gilde? Nein. Ich hoffe, der schwarzt schön Gold. Ich fall wieder. Ich war Rang 5 auf Server 31. Ich fall wieder. Ich habe Angst, eine Quest zu verlieren. Warte mal, was bist du nochmal? Krieger. Ich hab noch keinen Schwenk. Die Krieger, die eh nichts können. Ja, ist so. Kein mehr als Kunis. Rang 1, Rang 1. Dein Ernst? Normal. Er hat sich hochgefiegt. Okay. Ich bin gerade ein Tausend, Junge. Er hat sich hochgelutscht. Hochgelutscht? Noch mal danke. Alle sagen noch mal Dank an BSE-Hack, bitteschön. Danke an BSE-Hack. Bitte, Marco. Danke, BSE-Hack. Wofür ist das passiert? Ich hab's auch nicht mitbekommen. Warum? SF-Card. Habt ihr eure Validierungs-Mace eigentlich schon? Ich nicht. Nein. Danke, Marco. Ich liebe dich. Du hast den P-Hack gewonnen. Oh mein Gott. Er hat den P-Hack gewonnen. Bei der ersten Quest. Bei der ersten Quest ein Pilz. Wow. Boah, geil. Das schreckt, Alter. So krass. Ich schwöre, ey. Die beiden fliegt nicht nach. Nein. Der Typ ist so krass drauf. Lucky Lars. Wie gesagt, Lucky Lars. Angreifen bei 1000 gewonnenen Kämpfen wie die erste PSC-Verlaufs im Stream. Du bist noch nicht mal in den Top 15, Lars. Welches Server überhaupt nicht? Ich bin auch Stufe 1 noch. Aber Lars, ich gewinne ja jedes Mal, wenn ich dich angreife. Das macht ja gar keinen Sinn. War vorausnimm. So, jetzt hab ich ein Schild. Ja, ja, ja. Da so schaut's aus. Dann will er bei euch die 10er PSC-Card haben. Wir haben das ja eh gesagt. Wir regeln das so, dass du die ganzen PSC-Cards dann heimlich an mich verlost. Ja, heimlich. Ja, genau. Du nimmst dann... Ganz heimlich. Du gehst dann auf random.org und gibst ein 1-1 und sagst, wenn 1 rauskommt, gewinnt Darkie bei jeder anderen Zahl, gewinnt ein Abonnentenscheinfeuer. Finde ich auf jeden Fall, ist das die faireste Methode, um die PSC-Cards zu verteilen. Das ist schon fair. Der Dream möchte schon gerne in die Gilde. Er hat nämlich schon 50 Euro aufgeladen. Ja, Stream. Dream. Hast du Dream auf deiner Liste? Das ist Dreamscape. Dream. Einfach nur Dream. Nicht Dreamscape, Dream. Dream gibt's gar nicht. Aber nicht Dream, aber nicht Dream. Aber Dreamer, der Träumer. Und Dreamer spielt doch gar nicht, oder? Ich kenn keinen Dream, der auf meiner Liste steht. Mit T am Anfang. Es gibt schon vier Gilden, Leute. Mit Dream gibt's auch keinen. Terra, du bist nicht mehr erster, du Loser. Natürlich, Leute, ich meine Bitte bewerben jetzt herein in die Gilde, ganz schnell oder so, kriegen keine Antwort. Das ist natürlich klar. Ich bin ganz reingeladen, ich bin ganz reingeladen. Warte, Lander! Oh, du Lander! Terra, wenn du mich jetzt nicht einlässt, du brauchst es draußen. Name? Name? Noch, brauchst du gar nicht, ich hab Stadtwache drin und spiele unten, hallo, ich warte bis Nox hier aufhört. Ey Tom? Ja? Spielen wir 1 on 1 in LoL? Oh ne, ich hab im Moment gar keinen Bock auf Leute. Ich poste aber ein E-Mail rein, für Leute die sich bewerben können, hier könnt ihr euch rüber bewerben. Ja, das sind Dagen, das ist schwer. Boah, da ist ne schwere Entscheidung. 1,30, 400 EP oder 1,0,7, 345. Das ist mit so krasser Entscheidung, ne? Ja, dann häng dich auf. Okay. Voll hart. Ja, er soll sich einfach aufhängen, was ist daran hart? Ja, ne, das stimmt, das ist die Realität. Ist ja nicht schlimm, wenn er seine Jacke aufhängt. Ja. F***ing E-Mail. Ne, F***ing. Deine Muder. Was? Deine Muder. Terra hat schon Lebensenergie-Trank. Alles wenkig. Jetzt fehlt nur noch der Goldrahmen. Eigentlich fehlt noch der Ausdauer-Trank. Terra? Go Goldrahmen, Terra! Go! Terra, Goldrahmen. Zeig wer der Boss ist. Goldrahmen ist doch easy da drin, oder? Teig wer der Mann im Haus ist. Ich hab kein trinken mehr. Warte mal, Gilde ab! Oder gib mal Assis, dann mach ich das. Das ist auch blöd hier. Oh, ein Ausdauer-Bin. Da darf ich euch abwerben. Das ist auch blöd. Muss ich gucken, muss ich mir noch wissen. Gilde upgraden. Braucht die 4%. Terra. Ja, wir haben Goldgeschwind jetzt. Update doch mal. Echt? Achso, lol. Goldbonus, oder? Ja. Oder gib mal Ding. Leer-Meiß. Leer-Meiß. Mach Leer-Meiß, als das ist hoch. Ah, ja klar. Boah, bist du dummer? Was machen wir nur eigentlich? Terra, Alter. Du bist unfähig, eine Gilde zu leiten. Ohne Scheiß. Unfähig. Ja, doch. Willst uns testen. Alter, ich hab beide Walli-Mails schon. Beide? Von Beobachter. Beobachter LP. Beobachter LP. Beobachter LP. Beobachter LP. Beobachter LP. Beobachter LP. Ich hab eigentlich in der richtigen E-Mail eingeloggt. Ich weiß das gerade gar nicht. Fack see you. Okay. Ich bin dann richtig. Oh. Go Lars. Go Lars. Go Lars. Ich glaub ich bin SM30 gar nicht. SM30 schicken. Moment, Moment. Ich bin ja wieder da. Ich muss da was kurz einstellen. Sie fackt hier ab. Oh. 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 Hieß hier Lucky Lars? Mein Passwort ist. Ich sag es euch nicht. Oh Mann. Mann. Warte. Das ist das Passwort. Lucky Lars. Ich sag es euch nicht. Ja drinne. Läuft bei euch. Schick mir mal ne gildeneinleitung bitte. Bitte gleich nen Schwanz. Wem? Ja bitte. Ja bitte. Ja bitte. 1 2 3. 1 2 3. Name Goku. Wem? Von Goku. Sende mir ein Name. Der Goku ist schon wieder. Das hat sich einer bei Twitch und Peter Zwegard genannt ey. Bei Twitch? Ja. Der Peter, der geht noch nen Meter. Achso. Biver. Biver lad ich mal kurz ein. Dann kann er Gold spenden. Ich hab schon 308 die Angriffe. Das geht eigentlich. Also wenn ihr soweit fleißig weiter macht. Und bei 1000 Angriffen. Ja red noch wenn ich rede. Ja du Schnauze man. Keine Mann Nieren alter. Eine Nieren. Ich hab die Rechte hier. Ich hab die Rechte. Welcher Name steht über diesen Teamspeak? Let's fail Yannick. Loyal fällt mir grad ein, dass ich gar kein Krio sein sollte. Ja sehr gut. Jeder von uns kann sich eigentlich noch einen schaden. Bei 1000 Angriffen. Bei 1000 gewonnenen Kämpfen wird die erste PSC rausgehauen. Lucky Last Server 22 in Tschechien. Oben. Ich poste aber den Freundschaftslink hinein in den Chat wenn ihr euch darüber anmelden möchtet. Wäre auch ziemlich genial. Und ich will euch richtig. Richtig feiern. Ja. 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 2060 ist meine. ID. 2060? Ich bin nur 60. Ich werde gesagt von Darky ich liebe dich angegriffen. Darky ich liebe dich. Nicht. Darky ich liebe dich. Scheiß auf Darky. Ja ich geh drauf. Scheiß mich an. Komm. Okay. Okay. Machen wir Past Catquans? No problem. Ich hoffe es für 31 mal eine Stadtfacherein glaube ich für erstmal. 2 Stunden. Erstmal 4 Stunden. 4 Stunden ist okay. Erstmal 4 Stunden Stadtfacherein. Mach einfach 4 Stunden. Und wenn Lars seine Freunde hat können die hier ruhig gerne. Ich brauche auch mal Freunde. Ich hab nie Freunde. Wie sie zusammenhört. Du ich hab gerne Freunde. Tera hast du grad Skype gelesen. Ähm. Tera hat die Liste. Ich hab die Liste ja. Ich stehe als erstes ganz oben stehe ich. Ich hab die Liste auch. Mit der Verlosung ist ganz einfach. Wenn wir die 1000 Angriffe geknackt haben, dann darf jeder bzw. jeder der im Livestream Chat ist und mir folgt auf Twitch, der nimmt an der Verlosung teil. Und es wird random einfach einen Namen davon ausgewählt. Ich bin TS. Zählt das auch. Das bin zufälligerweise immer ich. Bin schon dabei. Ähm. Ist Xtreme jetzt da? Xtreme. XX. Ich warte mal. Der SF Game hat 2 Gold. Kannst du mich schon mal einladen fragt da? Wer? Wer? Der. Ihr müsst immer am besten noch euren Namen. Das war gut. Wie heißt der? Der Name ist ja nicht ein bisschen blöd. Äh. SF Game. Q6. SF Game. Für Lars. Dankeschön. Q6. Ich ähm. Wie heißt es denn auf dem Server? Ah. Hier. QX. Ich hab ihn eingeladen. Lars hat schon 7 Goldstücke verdient und noch nix gespendet. Eine Nachricht. Äh. Angriff von. Love. Du schaffst. Nichts. Nichts. Ah. Danke. Einer hat sich bei mir hier registriert. Find ich geil. Boah. Alter. Bist du geil. Jetzt schon. So schnell. Boah. Junge. Leute. Ich hab einen. Der gibt 3 Gold pro Angriff. Lol. Der ist Level 3 und gibt 3 Gold. Wie heißt der? Wie heißt der? Wie heißt der? Wer heißt der? Ja. Der heißt Penis Maul. Ich sag's euch nicht. Ich sag's euch nicht. Das ist meiner. Ja. Er hält Penis Maul. Ich sag's euch nicht. 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 Der heißt es wirklich. Ich sag's euch nicht. Ich sag's euch nicht. Wenn ihr mitmachen wollt in der Gilde bewerben. Ohne Bewerbung läuft nichts. Ihr könnt. Wenn ihr Bock habt könnt ihr halt Gold spenden. Dann müsst ihr euch bei Terra melden. Der entwidet gerne Leute in die Gold spenden. Die Gold spenden sollen jetzt bitte. Ähm. Danke. Ich werde Angriff von Darkys World. Alter. Daki. Was ist das für ein Bogo. Gelber. Alter. Der ist unnormal der Bogo. Einfach Teranigma94 anschreiben. Ingame. Von wegen Gold spenden. Dann passt das. Ehrlich. Lars. Daki wie heißt du? Ja guck mal. Ja Marco. Kann. Darf ich in die Gilde ohne. Ach Daki. Kannst du mir schnell einen Account geben. Ja wenn du mitspielen willst. Nochmal bitte auf Deutsch. Kannst du mir gleich deinen Account durchgeben. Damit ich schnell bei dir aufladen kann. Damit ich es hinter mir habe. Ähm. Das anhört. Ich weiß gar nicht auf welchen. Selber ich blitze brauche. Wenn dann auf selber 31.de glaube ich. Kann ich auf S31 gleich 50 aufladen. Du lädst mir hier nochmal 25 auf. Ähm. Nein. Du würdest aber 250 gewinnen machen. Ja ich habe aber nicht mehr so viel Geld auf meinem Konto. Das ist das Problem. Ist ok. Dann lade ich dir 25 auf. Ja wie gesagt die Leute die eine Bewerbung geschrieben haben. Es kann passieren. Dass ihr heute den ersten Tag. Nicht bei uns in der Gilde seid. Ach so. Weil wenn es zu viele sind. Der Happy Hour kommt wieder. Wird abgearbeitet aber. Ja gut Happy Hour. Wenn Happy Hour Leute die spielen wollen. Können sie alle rein. Also kein Problem. Zack Noxy. Ich muss vielleicht auch bei Happy Hour spielen. Weil der Quizstick ist noch nicht mehr online alter. Marco. Lust auf LOL. Hey. Hallo. Hallo. Kann jemand den Link in meinen Chat posten. Ich kann ihn selber da nicht rein posten. Weil ihr wisst ja. Ich habe ja. Eines? Probleme mit meiner Validierungs Mail. Was sage ich. Validierungs Mail. Mit meinem Chat. Hä. Warum muss er seine E-Mail bestätigen. Bevor der reinkommt. Bei was. Der Kruzix. Ich habe auch schon zwei Trinke. Ich bin der Babu. Ah. Ich dachte gerade der Kruz hat seine E-Mail bekommen. Ich habe auch noch nicht meine E-Mail bestätigt. Ich habe auch noch nicht meine E-Mail bestätigt. Was für Trucks. Es gibt fast 15 Gilden. Alle heißen Scheiße. Unsere ist einfach ein geiste Name. Wer ist der? Der Bitch Junge. Hier ist einer The Bitch. Wie heißt denn? Peter Zwegert. Der Followship of Mushrooms. Welche Gilde wollte denn Darky reingehen? Ist die noch gar nicht da? Ne. Der ist nicht mal online da Christy. Keine Ahnung was der macht. Ja. Wieso gehst du denn bei dem rein du Noob? Du Noob. Du Noob. Bei uns auch im TS. Aber geht in eine andere Gilde. Piu. Unverschämt heute. Ja. Der Asi. Ja. Ich würde gleich anfangen Alu zu spielen etwas. Ich würde gleich ein bisschen aufladen. Ein paar Pätschen. Und dann spiele ich ein bisschen Alu. Obwohl wenn ich durch den Angriffen werde, kann ich nicht so gut Alu spielen. Also mein... Also mein... 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 Mein Ordn ist ja schon plus 4. Topaz kann Gold spenden. Ist ein Platz frei in der Gilde, dass jemand einladen kann? Ähm... Ja. Name? Dom? Ja? Wie heißt du? Topaz. Warum gibst du nicht jemanden hier mal Offi, wie du wurst? Wer ist denn auf dem Server? Wen darf ich Offi geben? Warte, schreibst du. Ähm... Nick? Ja. Du darfst mir Offi geben. Okay, willst du dich mit drum kümmern, ne? Ah. Okay. Jaja. Wir sind einfach zum... Dieser Thera... Dieser Führer. Thera ist unser Führer. Lars, gib mal deinen Registrationslink, den mach ich kurz in die Bewerbung, äh, in die Dings rein. Oder gib mir deine Player-ID. 20... 20... 20... 60. 260. 2060. 2060. 2060. 2060 auf S... 22. Ja. 2060. So groß, wirklich? Bei mir 32. Ja. 2060. 2060. Bauen meine 32 rein. Und Zuschauer-LP möchte Gold und Filze spenden. In die Gilde. Warte, ich lad die gleich rein. Denkt daran, ihr müsst eure E-Mail bestätigt haben, ne? Ich kann auch einen laden, immer. Okay, dann lass du mit ein. Und bitte auch schnell annehmen und dann wieder raus, am besten. Yes, ich hab den ersten geworbenen Freund. Danke sehr. Zuschauer-LP. Ja, dein Freund. Zuschauer-LP ist drin. Mal gucken, was er jetzt spendet. Oh, Junge, mein Herz. Wird auch gerne spenden. Wer ist denn jetzt der höchste? Äh, 4 ist der höchste. Darkies Bird ist ganz oben. Junge, der, der Bogen, alter. Der ist krass, ne? Im Ernst? Habe ich auch schon. Junge. 20 geschickt, 20 Durchschnitt. War besser als ihr. Ja, einfach so. Sagt der, der mit den Augenkloppen rumläuft. Als Zuschauer-LP, möchtest du jetzt gerne spenden oder nicht? Da ist der schlau, mit den Augenkloppen rum. Der muss selber, dass du spenden möchtest. Sagt euch mal ein Skype? Yo, ich guck jetzt mal Skype durch hier. Wie gesagt Leute, wenn ihr eingreift werdet, dann spendet auch. Und nicht bitte, bitte schon vorher bemerken, ob ihr eine, E-Mail bestellt habt oder nicht. Na, dann geh ich zu Noxy, wenn er noch Platz hat. Weil wir sind voll gerade. Aber ich, ähm, bin heute gleich wieder raus. Wegen... Vielleicht dann noch jemand anders reingeht. Weil ich eben in der Stadtfahrt drinnen habe. Kann jemand noch ein Gold spenden? Wäre geil. Die greifen mich an und ich verlier das ganze Gold, ey. Das ist nicht nett, ey. Was soll das? Zum Glück, ich habe noch kein bisschen Alu gemacht. Boah, ey. Am besten warte ich einfach. Er kann noch nicht spenden, aber er will. Ja, dann kann er auch wieder raus. Naja. Dann läuft bei dir. Noxy Platz hat. Melde dich. Ah, ich wollte noch schreiben, melde dich, wenn du kannst. Boah! Wie viele Lehrmeister habt ihr? Ja, also die Winkel hat gerade 4%. Soll, ich bin hier bei Chickens, die haben schon 8% Lehrmeister. Nein. Chickens. Die haben einfach irgendwo angenommen. Aber ich geh wieder raus. Er nimmt einfach irgendwo an und hat dann einfach mal den besten Bonus. Ja, ich kann halt. Ich bin einfach besser als ihr. Dann merkt man halt einfach was. Ja, dann... Mir doch egal. Super Argumentation. Ja, dann... Egal. Egal. Ich bin auch kein Gartespilze. Sag ich mal laufen, mach mal echt voll leise bei mir. Ja, mir kommt kein... Ich bin ein Lumpfschlein oder so. Ja, mir kommt kein... Ich bin ein Lumpfschlein oder so. Ja. Bei mir hängt das aber, wenn ich inzwischen ins Erd wechseln, hängt das jedes Mal. Voll nettlich. Okay, now I think I have to speak some English for all tschechisch Players. I... Als Fresser. Halt die Fresse! Halt die Fresse! Halt's Maul! He don't will invite you! Ist Orbital Bauer ein Stammtyp? Äh Dom, kannst du zufällig rausgehen aus der Gilde von Noxie? Ja, ja. Ja, okay. Also nein, ich wurde Eis gerade gekickt. Da ist der Lehrermeister-Bonus abgegradet. Würde ich mal sagen. Wieso kann ich nicht upgraden? Wieso kann ich nicht upgraden? Weil du ein Noob bist. Habe ich keine Rechte? Doch, ich habe Wohlrechte. Wieso kann ich nicht upgraden? Der ist so Hammer. Wir sollten Merdo einladen. Merdo. 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 Leute, komm, hau noch ein paar Angriffe auf Lucky Lars raus, und dann hau ich deine passive card raus. Saschenlampe hat mich angegriffen, ja. Ja, ich mache zufällige Angriffe. Und wenn ihr invited Lucky Lars bzw. Peter Zwegard rein, und wenn ihr Peter Zwegard unterstützen wollt, denn der Peter. Der Peter braucht ein bisschen Geld. Wenn ihr Geld übrig habt für den Peter Zwegard, dann schreibt es in den Chat. Wir inviten euch, spendet bitte Gold, Abole bitte schreiben, wenn ihr auch eine E-Mail bestellt habt. Und dann kommt sie rein, spendet kurz was, bekommt ein... Keine Ahnung, bekommt ein Zwegard von Peter und dann dürft ihr wieder gehen. Zwegard von Peter. Wer kriegt ein Peter von Zwegard? Oha, die E-Mail kommt einfach nicht. Bei mir auch nicht. Bei mir auch nicht. Such Geld auf, dass dein Rest mein Name ist. Weil ich nicht spenden kann. Dream. Dream möchte gerne spenden. Okay, Dream. Hast du eine E-Mail auch bestellt? Komm mal nicht. Welches Spiel ist das? Dream doch. Minigolf. Na, Minigolf Deluxe. Shakes and Featured. Ey, Lars ist Minigolf. Das ist Shakes and Minigolf. Shakes and Minigolf. Sag das doch. Ich bin auf Server 31 und hab mich da angemeldet. Hab sogar meinen richtigen Name bekommen. Werde aber nur 100 Alus spielen. Mehr nicht. Nur 100. Alter, wie viele Spieler hier schon registriert sind, oder? 5.000. Mal gucken. Jetzt müssen wir auf die anderen Server S31 vorbeigucken. Wow. Bei S31 sind angemeldet zur Zeit. 3.000. Alter, guck mal auf dem tschechischen Server, wie viel Lüstung mein Gürtel hat, Alter. Ja, über 3. Guck mal an, wie viel Lüstung der scheiß Gürtel hat, man. Wie viel Lüstung, Alter, das ist doch unnormal. Wie mehr nicht? Das ist richtig viel, Mann. Das ist Erster, Junge. Das ist ja richtig wenig. Da gibt's schon mehr da, Junge. So, ich bin auf Server 31 jetzt auch Erster. Nein, jetzt bin ich wieder 14er. Ich hab jetzt auch schon die Validierungs-Mail bekommen. Genau auf dem Zimmer, wo ich sie nicht haben will, da bekomm ich sie nicht mehr. Ja. Der hat mal Merdo ein. Ich weiß nicht, ob er eine Validierungs-Mail hat, aber er will Gold spenden. Okay, warte, ich lade Merdo ein. Jawoll, ich bin so ein Lacker. Ich bekomme in einer Quest ein Extra mit 14 Geschick. Wie geil, ey. Dream wollte hier seine Alu spenden. Und nicht spenden. Eigentlich ist der eine Platz frei nur für Spender. Dream, dann ist Dream wieder raus. Entfernen. Entfernen. Rauswerfen. Wieso darf ich nix machen? Oh, jetzt haben die mich aus der Gegend gekickt. Warum das denn? Du warst nicht zu schlecht. Eindeutig. Ich hab die eigene, äh, laden die mich ein und dann kicken die mich wieder. Ich hab Angst vor deiner Dominanz. Ja, glaub ich auch. Wenn ihr gerne, wie ihr euch bewerben möchtet, dann gibt's eine E-Mail-Adresse, die ich noch mal reinposten werde. Darüber, darüber anmelden, bisschen also registrieren. Und dann bekommt ihr Antwort. Ah ja, äh, Nick. Sag mal die Seite. Ja. Welche? Einfach über S22. Wieso? Da kannst du aber sehr wahrscheinlich was machen. Ah, steht auch oben im Titel. Hier, das ist die E-Mail. Warte kurz 30 Sekunden. 10 Sekunden. Hm. Okay, ciao. Mein Skyline ist Pokerfreak. 78.000. Ah, jetzt kann ich ausbauen. Das finde ich sehr schön. 10. 9. Ich hab noch keine Quest verloren. Noch eine Quest verloren. Ich hab noch nicht mal eine Quest gemacht. Ich hab noch nicht mal eine Quest gemacht. Ja gut. Ja gut. Black Dome, ich hab Black gefunden. Ich greife ihn an. Ja, das bringt doch richtig viel. Ich hab 7 Silber. Jetzt hab ich 1. 1. 2. 2. 2. 2. Äh, 4. 5 Prozent. Ah. Keine Ahnung. Da kommen circa 6 Gold. Was ne heftigere Gold. Ich glaub ich geh sowieso zu euch in die Gilde. Ja. Okay. Ach, jetzt auf einmal. Der Quizdeck ist immer noch nicht online. Er hat gesagt, er ist um halb 4 online. Ich glaub mir, kommen die bei uns zu uns. Mit denen hast du nur Kommunikationsschwierigkeiten. Das ist das Lustige. Glaub uns. Das ist ja das Lustige. Dorfdeutte Quest hab ich bekommen. Ich glaub ich verteidige die deutsche Elden und spielt auch bei euch. Oh oh. Hast du damit keinen Fehler? Tera hat schon 10 Gold gespendet, alter. Wer? Wer hat 10 Gold gespendet? Tera. Der hat mich mit Vitae begrüßt, Annett. Ich hab schon 10 gegründet. Ich hab ja die Gilde gegründet. Das sind die 10 Gold. In der Gründung. Ja und du musst trotzdem spenden. Achso. Natürlich. Sobald ich meine Mail habe, spende ich. Dann wird auch... Was wir auch noch nicht. Ich skill mich halt jetzt nur so lange. Wo ist Soulfreeze? Ist so. Soulfreeze ist noch arbeiten. Er kommt um 18 Uhr. Warum steht eigentlich in der... Warum steht eigentlich... Warum ist... Ich... Warum ist die so viel... Warum schreibt ihr nicht? Ist also... Ihr müsst Vitae schreiben, hallo. Hallo. Ja Vitae heißt hallo. Schreibt doch mal. Hallo. Okay, okay, okay. Du hast den Link da reingepostet, okay. Neu. Einfach mal überall nur Teras Werbung hier oben in der Gilde. Ich hab aber eine auch drin, damit sich's nicht so... Oh Gott, Tera. Oh. Oh. Tera Nigma, Tera Nigma, Tera Nigma. Tera Nigma, Tera Nigma. Seine Anmeldung ist Tera Nigma. Und ganz unten, ganz unten einmal. Nur Werbung da oben drin. Das ist Tera. Das ist Tera. Das ist Tera. Er ist so... Er ist so Fame-Girls. Der Hammer. Ja. Orbiter Power hat ein Gold gespendet. Schluss 2. Ich bin noch gar nicht an ein Gold gekommen. Lars, du solltest mal spielen. Ich hab immer... Ja, ich warte immer noch auf den Leader. Hab ich auch noch nicht. Hast du schon die PaySafe-Karte verlust? Nee. Wie viel Langsinn vorhatten? Der hatte ja schon... Lucky Nutzer. Lucky Nutzer. Ach, vier Gold gespendet sind's worden. Guck mal, ob meine... Ja, ich will eigentlich erst anfangen, wenn meine E-Mail da ist. Ja, ja. Warum denn? Vier Gold gespendet sind worden. Hey, ich spende ja eh nicht. Was ist denn sinnvoller, wenn deine E-Mail da ist? Hast recht, ich spende ja nicht. Dann kannst du spenden. Eben, bei Lars macht das ja keinen Unterschied. Ich sag nur S31, äh, S30, ne? Die ganze Zeit in der Gilde, Simon, S91 Gold. Und auf S2 ist Karte auch 0 Gold. Ja, hat er 7000 Gold gespendet. Wird der eben nicht mehr? Äh, addtb, wie heißt denn in-game? Und wenn du deine 3 Gold spenden willst. 3 Gold? Scheiße. Lagt mal Zuschauer-LP ein. Möchte ich? Eul, ne? 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 Eul. Eul, ne? 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 würde du nicht nach update die Spliddler finden den nächsten Venture sind mit 15 geschickt. Tuh, dummheit tut weh in der Dungeon? Eingeschickt mehr noch. Ja, oder so 20 geschickt. Ja, oder 50 s hing. Mal eben die Dungeons alle durchmachen bis Dungeon 30 am ersten Tagfol networking 50, Ja, NP. Du gehst den ganzen DakiU an. Wer ist DakiU? DakiU? Wer ist DakiMe? Ich mach nachher ne Gilde. Wir haben 6% wird der Meister. Unsere Winkel hat mehr und wir macht. Klingt komisch. Neu, was? Du bist jetzt eingeladen. Nein, ich weiß nicht wieviel haben die denn. Ungepupst. Auch ein geiler Trayernamen. Ungespielt auch bestimmt, oder? Nein, es gibt keinen, der sich umgespielt hat. Achso, ja gut, auf CZ. Wahrscheinlich nicht, aber aufm D. Ja bestimmt. Ich guck mal, ob es eingreißig ist, ob mein Name da ist. Der heißt einer Zuschauer Elpen. Ich glaub der wollte Zuschauer Elpenes schreiben, aber das war zu lang. Zuschauer Elpen. Ich weiß noch Elpenes. Das gibt's auch nicht. Nee, find ich klingt gut, Zuschauer Elpenes. Klingt so mexikanisch. Zuschauer Elpenes. Ich bestimmt schon. Ich lade mal gerade die ganze Zeit die Leute aus dem Twitch-Chat ein. Die kurz spenden können. Okay, der ist Level 1. Ich glaub nicht, dass er spenden kann. Aber ich kick den direkt wieder. Der hat 10 Stunden Stefan oder so. Oder vielleicht hat der auch... Einladung angenommen. Bitte kick den. Kein Bock raus zu gehen. Was habt ihr... Wo habt ihr eure Bestellgibus-Mail schon nicht? Auf.de hab ich sie gerade bekommen jetzt. Auf.de würde ich jetzt auch eigentlich ins Team bekommen. Aber ich scheiß ausleiten den scheiß Server. Mich greift jemand an, der heißt... Ich schau deinen Livestream. Oder ich schau Livestream halt. Aber ich mach gar keinen Livestream. Ja mein ich auch Lars. Soll ich das vielleicht weiterleiten? Also Lars, es gibt jemanden, der den Livestream guckt. Falls du es nicht weißt. Irgendjemand hier guckt deinen Livestream. Irgendjemand. Ja und 320 weitere auch noch. Ja, vielleicht hat der Lars ja nicht gewusst. Vielleicht dachte er, er guckt keiner zu gerade. Kann er ja nicht wissen. Ja. Lars, du siehst begeistert aus. Mhm. Begeisterung pur. Auch die Antwort. Ja. Ja, also Lars hat gerade richtig Lust. Seinen Penis raus zu, was weiß ich. Noch 260 Angriffe brauchst du Lars. Dann hast du die 1000 geschafft. Hast du eigentlich 4 Gold bekommen durch die Angriffe? Ja, ist ja alles wieder weg. Und was gilt? Ja, verloren durch Angriffe. Mich stört das schon wieder. Was denn? Was denn? Die Schrift. Die Schrift. Ich wusste es, ich wusste es. Was ist denn mit der Schrift so schlimm? Das ist Grund für mich, das aufzuhören hier. Ist einfach so. Ehrlich. Warum ist denn mit der Schrift so schlimm? Ich weiß es auch nicht. Er hasst die Schrift. Ich kann die nicht haben. Ich bastel dir einen Mod. Ja. Oder du stellst einfach auf, ähm, in der Sprache auf Englisch, glaub ich, dann ist es, äh, in der Schrift, wo es normalerweise in Deutschland selber ist, oder? Ich glaub schon. Und hier? Also, bei mir ist es komplett normal. Ich weiß nicht, was hier was er hat wieder. Nee. Gibt irgendwelche Straten, ich hab schon eingeladen, aber der nimmt nicht an. Die sieht immer gleich aus. Ja. Ja, außer du machst das tschechisch. Wenn du das tschechisch machst, dann sieht sie anders aus. Naja, das ist auch so bei mir. Wer hätte denn eigentlich gesagt, dass die Schrift aussieht wie im Deutschen? Ach, das ist doch sowas von wurscht, ob die Schrift jetzt so ein bisschen kursiv ist, oder nicht? Mein Gott. Nein. Ich find das hat Style, so kursiv. Ich find das sieht sogar besser aus. Naja. Wie dreht die abgefuckt aus? Alter, ich hab... Ich hab ein Gold, ladet mich an. Nee, ich hab gar keine Validierung gesehen mehr. Egal. Krass, gell? Und ich hab auch 16 Pilze, da jemand meinen Link genutzt hat. Gibt's mal einen Pilz? Ja, ein Pilz und ein Gold. Ein Gold. Aber nur bei den ersten... Nur bei den ersten... Nur bei den ersten... Nein, nur bei den ersten fünf... Nee, nur bei den ersten fünf bekommst du einen Pilz und ein Gold. Echt? Ja, einer hat das an... Einer hat die Einladung angenommen, aber ich hab die E-Mail-Adressen und ich bestätige, deswegen geht's nicht. Wichser. Ducky, können wir das jetzt mit dem Account machen? Ducky, können wir das jetzt mit dem Account machen? Ducky, können wir das... Vielleicht ist er da zu sauer. Ja. Zu sauer? Sehr gut. Okay, dann beende ich hier mit den ersten Part und der zweite folgt dann später. Du hast aufgenommen? Wann hast du denn erst angefangen überhaupt? Wieso? Boah, ey. Krass. Ich hab alles bis jetzt aufgenommen. Das... Also das ist gut, dass ich das dann auch mal erfahre. Aber du nimmst aber jetzt nicht auf oder so, ne? Dicker, wie heißt du auf... Dicker, wie heißt du auf...